Er kann ihn nicht aufhalten! Jetzt der Schuss! Das Ding müssen sie machen! Es bleibt bei 0 zu 0 und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. Quiz! Jetzt schießt er! Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, riesen Jubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor! Und jetzt die Schuss! Schöne Planke! So, Spannen drin! In dieser Partie, Auszeit! Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Wahnsinn! Er hält ihn! So langsam, er setzt sich durch und jetzt könnte es das werden! Und er schießt! Der Führungstreffer in dieser Partie! Riesen Jubel! Das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen! Jetzt könnte es gefährlich werden! Und jetzt die Schuss! Da ist er durch, aber er behält ihn in der Atem nicht! Ein ganz knappes Ding! Hier habe ich da einfach perfekt gespielt und dann fehlt die Leiter! Hereingabe jetzt! Da kommt er mit der Ball! Fängt diesen Ball ab! Das muss es sein! An die Latte! Der muss reingehen! Ganz knapp über die Latte! Ah! Fast drin das Ding! Was für Kopfball! Wird das eine Torchance? Gute Chance jetzt! Nimmt sich hier einfach ein Herz und zieht mal ab! Gute Aktion! Ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung! Da war so ein bisschen die Lücke da! Da trennt er ihn vom Ball! Er zieht ab! Das war richtig knapp! Ja, das sah gut aus! Da wäre fast der Ausgleich gefallen!